Wow super, du bist schon weit gekommen. Hier hast du eine kleine Belohnung. Wow, das Hemd sieht ja total schick aus. Mann, das hätte ich echt gern, aber leider fehlen mir ein paar Münzen dafür. Spiel sie doch einfach frei, indem du die Story ganz normal weiterspielst. Boah geil, Alter. Ich habe schon 72 Abonnenten auf YouTube, trotz dessen, dass ich kaum Videos mache. Aber ich wollte mir jetzt nochmal ein neues Hemd kaufen, was ich so für Aufnahmen anziehen kann. Ich meine, das Sport-T-Shirt, das will ja echt keiner sehen. Aber, oh Mann, ey, ich habe erst 10 Euro. Ich muss echt noch ein bisschen sparen, ey. Wo gibt es denn die Händen? Was? Ein Brief? Warum? Mann, ey. So viel, Alter, bring den doch hoch, ey, anstatt rumzuschreien. Was willst du denn? Scheiße. Sehr geehrter Herr König, wir sind auf Ihren YouTube-Kanal aufmerksam geworden und Sie erzielen ja eine sehr hohe Reichweite. Daher die Frage, ob Sie eventuell eins unserer Produkte in Ihrem Video erwähnen wollen. Bla, bla, bla. Was? 250 Euro dafür? Voll geil, Alter. Hammer. Mach ich auf... Mach ich das? Ja, ich lasse mir das auf jeden Fall durch den Kopf gehen. Dann kann ich ja jetzt erstmal das Pack-Opening machen und in der Zeit überlege ich mir das. Was geht, Leute? Hier ist Jonas und damit herzlich willkommen zu einem Pack-Opening. Lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da und wünscht mir Glück. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim ersten sehenswerten Pack wieder. Okay, komm, nächstes Pack. Komm, bitte, es muss was Gutes werden. Okay, es sind Tafeln, das erste Mal. Und komm, es ist... Nein. Nein, komm, bitte, das ist Kriegmann sein. Jawohl, Kriegsmann! Jawohl, geil, stark, Alter. Das ist mal ein guter Spieler. Sauber, Leute. Danke für den Daumen. Er hat mir mega geholfen. Und das nächste Pack öffnet sich. Und jawohl, es sind auf jeden Fall wieder die Tafeln. Das sieht man ja an diesem kleinen Leuchten. Nein. 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 Leute, Leute. Nein. 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 Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hammer. Heftig. Oh Gott. Oh, scheiße, Alter. Oh, was mache ich denn jetzt? Hammer. Alter. Alter, ich kann es immer noch nicht glauben. Cristiano Ronaldo im Pack. Dann habe ich noch eine Produktplatzierung angeboten bekommen. Es läuft einfach total. Endlich läuft es mal in meinem Leben. Aber jetzt die Frage, soll ich die Produktplatzierung machen oder soll ich sie einfach lassen? Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020